Musik Musik Musiker im Steckbrief Das ist Let's Dance Gewinner Gabriel Kelly Als Teil der Kelly Family wuchs Gabriel Kelly zwischen einem berühmten Vater und vielen bekannten Onkeln und Tanten auf. Und es ist nicht allzu lange her, dass der Sprössling versucht, sich mit seinen eigenen Songs ein Standbein aufzubauen. 2024 zeigt er sein Tanztalent in der RTL-Show Let's Dance und das mit Erfolg. Er tanzte sich tapfer an die Spitze und holte letztendlich den Sieg. Gabriel Kelly bei Let's Dance 2024 Gabriel ist seit dem 23. Februar 2024 bei Let's Dance zu sehen. In der Kennenlernshow sicherte sich der Kelly Sprössling die meisten Punkte und die meisten Zuschaueranrufe. Gabriel tanzt bei Let's Dance mit Profitänzerin Malika Chumaev. Nach einem durchwachsenen Start in den ersten Folgen Gabriel sorgte die Rumba der dritten Show für die erste Steigerung. Die Stimmung und die beste Fußarbeit des Abends wurden von der Jury mit 24 Punkten belohnt. Juror Jorge González verglich Gabriel sogar mit dem ehemaligen Let's Dance Gewinner Rorik Gislason. In Folge 5 wird für Kelly gleich dreimal die Zehnerkelle gezückt. Nach dem Tango folgte tosender Applaus, Standing Ovations und die Höchstzahl mit 30 Punkten. Selbst Joachim Lambi gibt zu, dass Kelly sein Favorit ist. Nach einem Tief sorgte die achte Show wieder für reichlich Punkte. Für Motsi Mabuse war der Wiener Walzer ein echter Lieblingsmoment. Auch von Juror Joachim Lambi erntete der Musiker Lob und sicherte sich 29 Punkte. 넣er den Wiener Walzer Signor. Das ist alles Das ist alles